Weißt du, ich bin voll eifersüchtig auf dein zusätzliches Chromosom, das du hast. Ich bin ja wirklich Traitor. Vielleicht auch eifersüchtig drauf, Dinge. Ich bin auch eifersüchtig auf Gems 2 zusätzliche Chromosom. Oh, bei mir tut hier irgendwas das Licht heller und dunkler machen. Echt, das Licht wird heller und dunkler? Das ist was Neues. Wusste ich jetzt nicht, was das Licht das tun kann, tatsächlich. Wie heißt die Map? Karte. Ähm, P-K-O-T-Gang. Sprecher 4. Map die Karte. Hä, Hugo, warum bist du nackt? Hä, warum bist du nackt? Warum bist du alt? Wo seid ihr? Ich möchte zu euch. Hä, Hugo, sag mal nackt. Ja, du auch. Das geht nicht jetzt ab, warum ich sage. Also, wir wollen mal einen nackten Mann haben. Felix? Das ist schon bei mir lecks, holy shit. Hä, warum hast du kein Shirt an, Hugo? Felix, du kannst du auch noch irgendwann? Ich bin on my way. Das lebt bei mir gerade nur länger. Ich weiß auch nicht, warum. Peter, ich weiß nicht, wie wichtig es finden soll. Willst du was finden? Oh, Jungs. Ich habe eine Diegel und ein Rifle, das wird eine schöne Runde. Ich weiß nicht, ob ich die Skin Wars finden soll, will ich euch ganz ehrlich. Ist es eine Zombies-Map? Was? Stimmt, die sind alle nackt. Haha, lustig. Leute sind nackt. Äh, das ist nicht normal, würde ich sagen, oder? Ganz, ganz viel das Skin-Modisch. Hä, ich bin immer nackt. Karte, ich brauche ein TTT. Geht die Runde eigentlich schon serious los, oder ist das ein Off-Trash-Modisch? Ja, jetzt kommen wir zur Totschnauze. Ich bin doch gar nicht tot. Ich weiß nicht mal, wo ihr seid. Hier gibt es eine Krales Holy Grenade. Holy Shit. Bei mir lag, aber es ist, äh. Ah ja, ich weiß aber, wo du bist. Oh, was? Das ist einfach eine Scam-Leiter. Man kann hoch, aber nicht drauf. Eine Scam-Leiter. Hä, ich setze mich übelst zurück, Holy Shit. Nein, das ist eine Scam-Leiter. Und wie sie sind, bin nackt. Hä, wenn ihr, ja warte mal, wenn ihr so laggt, dann mach ich mal. Ja, Fabius, oben, Digga. Ich krieg zwei. Ich bin stuck, vor allem. Ich leck mich. Hä, bei mir lagst du übelst? Ja, alles gut, alles gut. Bei mir lagst du auch nicht. Ich hab ein 115er-Pick. Bei mir lagst du auch ein bisschen. So, also, ich hab, äh, ich hab gerade noch Videos geübt, aber das hab ich jetzt einfach abgebrochen. Also, von meiner Seite aus können jetzt theoretisch keine Lags kommen. Na, jetzt geht's wieder. Ja, jetzt geht's voll lange nicht mehr wieder. Ach, jetzt war ich wieder schuld? Ne, komm, komm. Ne, ich, ich... Fabio, 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 bist du? Wie inkompetent bist du? Nee, Jeff, mein ich, Jeff, komm mal her. Ich hab ein... Oh, 17er-Pick. Ja, 17er-Pick. Dann sagt mir, wieso du hier nicht hochgekommen bist. Hugo, hast du eine Waffe? Ich hab... Ja, ja. Ah, okay. Ah, da ist ein Grübel auf meinem Schreibtisch. Geil. Oh, nee. Die Frage ist, wie... Der hat das wohl noch geschaffen. Ja, auf dem Explosivhaus. Felix, ist der Hugo. Felix. Hallo, Jeff, du bist hier nicht hochgekommen, was musst du erklären? Herr, weil ich, äh, ein Ping hab. Bei der Host. Ja, aber eigentlich, wenn du den Server machst, kannst du eigentlich nur laufigen und nicht einen laufigen. Scheiße, ich hab Piping. Leute, bitte nicht erschießen, ich hab Piping. So, wo war ich jetzt? Da ist die Scam-Leiter, okay. Da oben ist, liegt, ist Dach. Ich will da rein. Hä, da kann man doch... Oh, was Finn eigentlich hört. Hä, da kann man doch... Weil ich da rübergefahren bin. Ja, ich weiß, ich bin noch hier oben, aber ich will hier rein. Oh, da schießt jemand. Irgendwo wird erschossen. Fabio... Felix hat gerade auf eine Tür geschossen. Leute, ich steck in der Scam-Leiter fest. Ah, Lukas, der Karrie ist not gestartet. Der Karrie hat ja jetzt not gestartet. Ach, nein. Hey, Leute, ich steck in der Scam-Leiter fest. Kann der... Kann der... Oh, Jan? Ich hab aus Versehen geschossen. Ich wollte eigentlich... Oh, ja. Ah, ja. Ähm... Wie komm denn da oben rein? Nein. Wo soll ich dich von deinem Leiter lösen? Ich wollte gerade einen Kanal-Tipps-Video hochwerfen. Ah, ich hab aus Veräunen-Insel geworfen. Älösium von seinem Leiter. Willst du überhaupt, Fabio? Weiß ich nicht. Ohne Eindruck, dass der Motor brennt. Aua, Finn hat mich angeschossen. Hab ich mir schon gedacht, dass Finn es ist. Natürlich, ich warte darauf, dass ich die Leiter hoch kann. Aber da ist momentan noch eine Insel. Hugo, ich hab Angst vor dir. Ach, findest du das? Ja, findest du das. Ja, also ich hab ihn gerade eben erschossen. Ah, Felix. Moin. Mir ist Felix kein, dass du das. Ich glaub, der Versuch gerade zu mir hochzukommen irgendwie. Ich bin literally gegenüber von dir. Ich bin gleich nicht... Oh! Scheiß doch, die Wandern. Hey, wo bist du denn, Felix? Gegenüber von deinem Haus. Oh, guck nach oben. Jo, wie ist das denn? Habst du scheiße? Scheiß denn hier alle? Hallo, was ist denn das Kamil? Ja, ich hab Fehler schossen. Fehler, Traitor. Ich bin safe. Janis safe. Janis, Traitor. Ich weiß, es ist mein Team-Mate-Kill. Ah! Ein In-Mite. Kein Arschloch. Dann können wir mit Detective spielen. Ja, aber Laikers spielt am... Ja, in der nächsten Runde dann einfach mit Detective. Ist nice. Ich zieh den gleich. Ja, okay, I guess. Wenn er im Channel ist. Oder ich zieh ihn... Ja, warte mal. Ist das schon allgemein? Ja, ich weiß, ob ich hab... Ich hab... Nein, ich hab ein Limit. Ah, es wird von irgendwo angeschossen. Ach, komm, Neurotoxin. Neurotoxin? Es ist einfach sowas von Fabio. Ich war's wirklich nicht. Ich war's nicht. Felix kannst nicht... Nee, warte, Felix kann's sein. Nee. Ich bin... Ich hab mir die gehen in der Hand. Ja, nein, ich überleg nur... Ja, das kann man auch wechseln. Hey, what the fuck? Nee, kann man nicht wechseln. Von deiner Schussposition, ob du ihn da hättest treffen können. Das überlege ich. So Fabio. Ich able, Durchgett entrevist in der Hand. Oh, mein Gott, Felix, der ist halt warst. Warte, 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 wer wurde von dem Gift angeschossen? Jan. Jan. Er hat sich selbst angeschossen mit Gift. Ah. Prank. aber ich habe nicht geschossen aber ich habe nicht geschossen ja ich habe auf dich geschossen hier steht ein schuss da steht auch hier cannot find a specific cause of this terrorist ja okay scheiß drauf bei mir ist das fango mit einer shotgun ich glaube es war kein shotgun das ist komplett verpackt wo es trotzdem schade aber ich gleich erschießt ja wie bist du da hochgekommen so sass heute gefallen herr huger schiebe eigentlich voll innocent eigentlich ich bin hier hoch aber ich kann leider nicht ich kann wie kommen wir hier runter also kannst immer fallen die runde war trotzdem richtig aber mit lukas haben wir jetzt noch den vorteil dass wir ein detektiv haben können also nein nein geht doch so das ist schon eingeschaltet ab sieben spieler das war nur das tut mir leid und ich werde es nicht wieder hallo detektive hoppe 19 ich muss mir erst mal die mit man schauen ja also wir haben ganz viel neues zeug lukas traiter waffen da gibt es jetzt zwar die dubstep gun drin aber die darf nur der detektive verwenden die also wen schießt immer dann die dann und und als trader hat es noch so eine geile waffe die nennt sich dorbomb waffe und zwar an allen türen die man so normal aufmachen kann kannst die quasi dran setzen und wenn jemand die tür versuchen zu eröffnen auf macht genau mega geil mega geiles ding ansonsten sind eigentlich nur neue maps dazu gekommen das war es okay wenn du folgst nicht gerne das wichtig natürlich wirklich ich muss beschützt werden fabio ist gestoppt es runtergefahren warte warte mal okay dann tue ich den letzten schluss irgendwo hinschießen ich bin ich dumm nein ich glaube ich habe schon geschlossen weil ich dachte von dir aus stehe ich recht hätte ein video belebt glaube ich hätte ich nicht weil ich habe ein paket für sie nein lukas ist paketbombe pass auf paket aber wo bist du ich gebe dir eine paketbombe ich wurde entweder du oder ich meinst du hast mich gegolten ja da habe ich gedacht du hast nicht mal geschossen ich weiß so viel stehen und ziel es genau auf die beiden der kommen wissen auch wie ich habe ich dachte gerade wirklich als dass du wirklich da bist weil du das halt mit der paketbombe dann so erwidert hast du mir halt wirklich das haben die anderen da nicht gehört west über dieses ding rohr gelaufen hätte ich hochgelassen über welches rohr ich weiß dass die trainer fallen gibt aber das gibt es ja auch sind exklusiv hier ist die falle ich stehe fast drauf deswegen ist man weg doch was macht man jetzt langweilig ist langweilig so kann spaß ja es gibt halt wirklich nicht so geil kann zum detektiv machen die autos sind so komisch und jetzt noch die tappern ganz schießt war aufbände er versucht mich zu fix die in der wächse und hat es dann ist die ding diese die rote nicht die hieß ja nicht dann gibt es zwei stück dann gibt es zwei stück ich habe an dem twitter shop gesehen auf jeden fall es ist es ist dieselbe dies aber in beiden shops drin aber die darf der detektiv verwenden ja ja aber die hat die hieß hat nicht abstebeide und wer hat immer noch die hugo warum wer hat die hugo immer noch das spray geworfen der wird sterben ich weiß nicht weil ich werde jetzt eine hoch aber die das einzige was du hochwerfen darf dass deine deine hände in die luft aufgefallene insel zu werfen ist eigentlich so ein inno prüf weil kein trader würde in der insel werfen da auch einfach so renner ich würde eine franklinik wer ist gerade gestorben hat ich habe es auch gehört ich habe es hat sich nach unterfallen angehört ja ich habe das was ihr angeschaut aber hier ist keine reiche moin es ist lukas erst runtergefallen und ja hochmut kommt vor dem fall oder so schwieriger fall ja seit meinem fall war ich privat detektiv jetzt noch eine leise aber ich glaube das ist ein body ich werde sterben jungs ah nein es ist felix er ist auch ein falscher angestorben ich setze mich schon wieder übelst zurück holy shit ich habe mich gerade einmal im kreis gepackt das war richtig erlebt ja noch alles ich habe nichts gesehen weil ich mich einfach nur rumpack danke dafür ja ich töte richtig sehr ich habe angst nein erstaunlich viele leute oder noch keine nur werde versuchten zu hoch zu werfen das war richtig lange aber noch kein inno er gibt sinn ich meine noch kein trader jetzt wird hier auf mich geschossen sehe ich nicht ein und versucht mein leben zu finden schießt auf mich ich habe ihn nicht so aber war alles gut keine sorge dass du trader bist und ja genauso warum ich ich bin es nicht schießt mich ab wo bist du hier guck mal ich schießt die luft für dich stelle ich an peters weiter wo ist ja also nicht schön irgendwo im haus war der feuer da aus dem großen fenster raus ja ich liebe mein älter ja mal gibt mal einen punkt oder auch nicht ich habe nur ich wollte gerade finde dumme stück scheiße bist du durch meine bombe gestorben der einzige dadurch eine bombe gestorben ist ich habe mir schon gedacht immerhin was helfen trater und in das center gestorben ist ich habe ich habe das nicht gedacht ich bin ich bin nicht auf den rot markiert ja es ist ja doch mal das merkt nie jemand einfach das piepsten die konnte überhören ja das ist scheiße das piepsten überhörst ist ja nicht so schlimm aber du siehst ja also keine ahnung wenn du dich umgucken ich habe auch nicht drauf geachtet was ich ich kenne mit den fucking c4 bomben immer immer meine kollegen es ist so traurig benutzt ihr einfach nicht die sind halt genial genau das ding hier ist ja nein das ding hier ist das habe ich geschlossen habe es genau gesehen welches ding ja ja genau das warum hast du auf mich geschossen bitte tötet mich mit nicht ich bin nur 80er p lukas ja ich merks die gibt es die jetzt die kannst du aktivieren scheiße man das peter das server ist und dreier finger passiert wer hat jetzt eigentlich die dinge aktivieren irgendwie schlecht aber da unten ist was hoch gegen die deckel oder so da wird jedoch töten wollen hätte ich aufs exklusiv geschossen immer rechts da peter da ist glaube ich was passiert hier oder wo andere seite da sind zwei tote leute dann sagt doch anderes rechts was ein exklusiv was heute wo denn felix ja auf dem boden bei den ganzen läden ok ok dann wollen sie sagen ich bin hier oben wenn jemand konfirmt hast du die umgebracht felix nein das kann der fucking wall hat die zerdrückt ne wall zerdrückt ah hier ist ein trader von ausgelöst worden ich sehe schon was gibt welche von uns was gibt es nicht für traiter ich habe angst das teile halt ich bin hier oh hi lukas ja ich bleib weg das ist finn gewesen und wahrscheinlich der detektiv hier und noch jemand das fabio ja felix dann ja sind wir wahrscheinlich alleine ich bin auch schon tot ich hab die trader von ausgelöst ich wüsste nicht dass die so funktioniert mit zwei traitern herr lukas wie bist du ah jeff hat dich umgebracht ja nein nein also ich hab lukas umgebracht weil er stand so neben mir ja legitimer grund und fabio hab ich irgendwann auf dem dach war wie ich und das fand ich nicht so toll ach so feiks wenn du noch meine wand auf mich fallen lässt dann schlage ich dich ja die kam von außen sie ist nicht auf dich gefallen ach so ach so ok du wurdest einfach mit ähm es werden schüsse fabio komm her felix wie bist du da hochgegangen äh hoppe hat grad einfach vor meinen augen felix umgebracht ich bin stark ich weiß nicht warum und dann kriegen sie jetzt von mir eine wunderbare ganz körpermassage und wie fühlen sie sich nein nicht schieß ich hab hopfen hast du mir jetzt wenigstens die healstation rauslassen hey ich bin innocent ich hab 20 ap ja das ist der nachteil der massage seien sie froh dass sie nicht zu den 8 von 10 personen gehören die durch diese massagen umkommen ach so wenige wir jetzt reden es ist ein trader und ein detektiv tot und hier ist hugo moin hier das war hey was war das ah ich steck in der inze ich steck in der inze ich steck in der inze geil ich hab 50 prozent leben ja guck mal hier feuer du hast die inze zu bewogen ähm wer hat denn jetzt eigentlich finn erschossen wie er dann liegt in der kleidung hä irgendjemand hat gesagt er hat ähm jemanden finn töten sehen und dann äh felix töten sehen und dann hat derjenige finn erschossen hat das jan gesagt ist das jans leiche die da liegt man weiß es nicht aber es sieht aus als sei er oh ich bagge äh a shotgun was used to kill lukas das nicht so cool ne ne ja dann wurde keine shotgun verwendet okay warte mal hugo du hattest vorhin eine shotgun und du hast gerade so auf auf dumm getan halt jetzt kommt alles zusammen also wenn ich wüsste wo du bist dann könnten wir zusammen kommen ah hier ist auch noch mal to ah das war hast du hast du schon jeden umgebracht wirklich also ich meine ähm also du warst die ganze zeit bei mir du hörst du es auch ich war die ganze zeit bei dir ja stimmt finde es ja instant umgekommen kann ja gar niemand mehr getötet haben ne er wurde ja direkt in flagranti äh after geschockt tötet durch ich meine jan hat das dann gesagt lebt ja noch aber es kann auch sein dass finn einfach wieder lebt also falls du finn siehst dann einfach auf den auch willern weil der lacht grad so richtig ne ich bin auch hartstuck und ich habe hier legs ich will immer wenn ich die ganze zeit so hin und her lauf ich setze mich durchgehend zurück ich finde es so schwul gerade holy shit ich hab gehofft dass die massage ihn hält ich weiß nicht wie ich nachholgen oi 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 turtle grenade wurde geschmissen oi 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 ich hab daneben geschossen oi wo 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 wer ist dahinten oi wer war das ich seh es nicht ich will treffen jetzt bleib doch mal stehen jungen was ist mit dir ich kann es nicht spielen oi 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 wie dumm bist du eigentlich was ist grad passiert Junge finn guck dich nicht um und tötet mich einfach instant du hast mich in einer sekunde getötet du hast dich nicht